Er ist gefordert, das solltest du wissen. Wer ist dein Sohn? Habe ich den schon mal getroffen oder so? Es steht außer Frage, dass du stark bist, aber wenn du gegen meinen Enkel antreten willst, bringt dir das nur Tränen der Frustration ein. Er ist viel stärker als jeder Träner, den unsere Familie kennt. Er müsste jetzt gerade eigentlich in der Pokémon-Liga sein und die herausfordern. Wie ich meinen Enkel kenne, ist er mittlerweile bestimmt schon Champ. Von wem reden wir? Ey, das habe ich ganz ehrlich, bis heute noch nicht herausgefunden, wer das sein soll. Also, ja, oder ich habe es verdrängt. Vielleicht, ähm, wir benutzen dieses Machoband, um die Pokémon in Training noch nicht zu stärken. Da du unsere gesamte Familie besiegst, brauchst du es vielleicht gar nicht, aber wir möchten dir trotzdem dieses Teile schenken. Ich benutze es eh nicht. Ähm, naja. Mami ist stärker als Papi, ich bin stärker als Mami und Omi ist stärker als ich und mein großer Begebruder ist noch viel stärker als Omi. Und wer ist denn nun euer Bruder? Wie, Hei? Ähm... Wie hießen die Mitnachnamen? Sich... Sichers... 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 Ach. Ja, aber von... Ach, leg mich doch. Ich habe keine Ahnung, wer deren Sohn ist. Könnte ja in den Kommis schreiben, ich weiß das wirklich gerade nicht. Treu? Oder wen gibt's denn noch? Heiko! Ähm, ansonsten, ähm, wird das ein bisschen schwierig. Ne, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. So, ja, wir kommen nie wieder. Das verspreche ich dir. Ganz sicher, sicher. Sicher? So, gehen wir nochmal hier rein. Und gehen hier nochmal, ähm, das hier. Und, ah, ich bin falsch gegangen, glaube ich. Ach, das ist ja auch... Nein, das war richtig. Ähm, Jacke wie Hose, ich speichere mal. Bevor mein Emulator meint, der müsste abkacken. Dann habe ich ihm wird gesichert. So, dann versuchen wir unser Glück nochmal mit Onkel weiter. Ich weiß gar nicht, wen... Was setzt der nochmal als erstes ein? Ach, Stella macht gerade schon. Ja, ja, du hast es aufgegeben, die Stadt. Und, ach ja, komm, jetzt labber mich nicht schon wieder zu. Und, ach, manno. Ja, 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 ja. Bing, 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 bing. Los, Walter. Äh, Borat. Ach, jetzt vertausche ich dich schon mit Walter. Ich dachte, das Ding ist ja hier oben. Ach, egal. Oh, gut. Das macht zwar Borat wahrscheinlich down, aber... Ach, nee, wir leben sogar noch. Bing, bing, für Borat? Gut. Ähm, Laubklinge. Uh, 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 uh. Wir lernen endlich mal was Brauchbares eventuell. 70, ja. Ähm. Verfolgung würde ich gerne für den Notfall behalten. Ähm, ähm, ähm. Na, toll. Ähm. Guckzukipp auch. Ach, jetzt ist das was schwierig. Du, eins von den beiden, obwohl... Verfolgung? Nein, Verfolgung möchte ich nicht. Möchte, ähm, das zieht im höchsten Fall 50 ab. Das zieht 20 ab. Ähm, könnte aber dank Step und dank... Ach, es ist ja auch... Ich weiß nicht mehr, was höher war. Ich hab schon wieder vergessen. Ob es seine psychische Angriff oder seine links ist. Oder ist das hier egal? Ist das hier? Ist das auch eh noch egal, oder? War dem nicht so? Ach, es geht nicht. Ähm... Absauber. Klee 2 Energie wieder, aber ach, ist ja auch egal. So. Gut, ähm, Voltensu. Gut, du gehst raus. Und Stella geht erstmal rein. Dann können wir jetzt in Voltensu. Du hast jetzt Laubklinge. Vielleicht haben wir da eine Chance gegen, ähm, ähm... Magnet. Ton. Wie viel denn? Haben wir gerade nicht ein. Irgendwann mach du mal das Statik. Das ist mir sowas von Latte. Weil, wie geil. Ja, ja. Push dich wieder hoch. Push dich. Wenn es dir Spaß macht. Oh, jetzt kommt sowieso ein super Trank. Wir werden nochmal mit Sushi-Kinese kontern. Und hoffentlich wollt Tenzu deswegen killen. Ich stelle euch mal vor, die Trainer hier werden auch noch taktisch vorgehen. Dann wird es, glaube ich, total schwierig. Magnetung. Gut, das versucht Stella jetzt auch nochmal. Zur Not wechsle ich dann auf, lasse ich Stella down gehen und wechsle dann auf, ähm, Sushi. Damit ich Laub, ähm, Laubklinge, ja, ähm, Murat, ähm, füttern kann. Mit, ähm, ja, zu vergessen. Ach, sind wir jetzt auch noch paralysiert, oder was? Obwohl es ja nicht so klug wäre, wenn Stella down geht, ne? Aber wir könnten es schaffen. Stella, Stella, Stella. Ich weiß gar nicht, ist das dein stärkstes schon, oder kommt da noch was dann? Ich weiß das gerade gar nicht. So, du bist tot. Definitiv. Danke. Woltensum nochmal gut. Das machst du dann nochmal. Vielleicht schaffst du es ja. Ja, ja, er pusht sich eh jetzt wieder hoch. Ich weiß gar nicht, was hat denn der noch? Ein Illuminise, oder so? Ich weiß nicht, wer das wäre. Müsst ja nicht auch noch einen Superdrank haben, oder sitzt ja nur einer ein? Eigentlich weiß er nicht. Die Pock. Okay, okay, okay. So, das ist dann auch down, das ist schon mal gut. Ach komm, wenn du für bing, bing, ille, kid. Das ist doch bestimmt, ähm... Man denkt jetzt auch, wir sind wie ille, kid. Oh, haha. Wir sind jetzt gerade so, baff, tot. Ich will das noch was. Hier muss man ja, wenn, wenns Edition, muss man mit allem was dann gestrickt sein. Down. Gut. Ach, das bedeutet ein bing, bing für Stellaline. Ja, haha, haha. Schön, ich habe Wülle und du hast es geschafft, mein Stromkreis zu unterbrechen. Nimm diesen, diesen wunderschönen Ordens, den nicht schön. Ähm, ja. Baba. Ähm, ja, können auch zu Troma reinsetzen, nicht, was kann ich, hab ich das schon. Und außerdem werden deine Pokémon ein kleines bisschen schneller. Mh, das hier solltest du auch noch nehmen. Das ist schon mit mir, mh, ja, ich hab ein Eierabkopf, ist euch das schon mal aufgefallen, Leute. Ähm, Schockwelle, genau, hinterlässt, eine verlässliche Attacke, die niemals an dem geht. Verlass ich drauf. Hm, ja. Und hier meine Telefonnummer. Ja. Ja. Hast du hübsche Weiber in deiner Freundesliste? Dann könnte ich dann, ähm, daten, weißt du? Ja. Wohin haben wir den Affen auch tot. Die gehe ich mir jetzt ein. Sofern keiner stört, nein, das ruft keiner an, das ist ja wunderprächtig. Mir dünkt, dass es, ähm, nicht mehr lange dauert, dann wird schon wieder, äh, anrufen. Gut, dankeschön, Joy-Joy, oder wie, nee, Rocky, nee, Rocky war die Polizistin, und Joy war die, ähm, haben wir schon Zertrummacher? Tatsächlich. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Wer kann denn das alles lernen? Borat könnte das lernen, aber für was denn? Wir bringen Zickzacks frei, weil Zickzacks ist, ähm, eben der arme Kerl, der alles, ähm, lernen muss an VMs, solange bis die nötigen Pokémon dafür da sind. Gut, jetzt gehen wir erstmal rüber und geben dem, dem Bergbauarbeiter eine Chance, damit der, da, ähm, Punkte kriegt. Äh, Punkte kriegt, damit, ja, doch, Punkte bei der Frau und, ja. Weil er ja der Stadt auch helfen möchte, sind wir mal sozial. Ich weiß nicht mehr, wie man das Wort schreibt, aber ist ja auch egal. Ich bin ja nur ein dummer Trainer. Ach, nee, Gamer war das, ne? Ach, ist ja auch egal. Erzählt war ja diesmal ein bisschen freundlicher bei den Kommentaren von Agremes.com, zumindest so, wie ich das mitbekommen habe. Ähm, ja. Oh, der Felsen ist weg, einfach zertrümmert. Ach, ich bin so überglücklich, ähm, cool, wir erhalten vor allem Zerfer, ist das Zerfer, war das Zerfer, ich weiß nicht mehr. Nee, Stärke, stimmt, Stärke, das Zerfer war, ähm, vor allem drei. Ne? Und vor allem zwei war Flug, oder? Ah, egal. Bitte hole ich ein bisschen in unserem Haus ein. Aha, wir können dann, ach nee, Heiko besetzt mein Zimmer, wir können nicht. Ich muss erst Heiko loswerden. Ach, da ist der Ausgang. Okay. So, ich geh dann mal, ich weiß gar nicht, ob man da noch was kriegt, aber das ist mit, ähm, Lotte. Hier haben ganz andere wichtige Termine, 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 Termine. Und so. Hallo, 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 Deutsche Post, ähm, ach ja, 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 ja. Ne, hier ist nichts gut. Gut, dann zickzacks, ähm, tut mir leid, deine Intelligenz wird dabei wahrscheinlich in den Keller gehen, wenn du jedes Mal deinen Kopf nimmst, um dir da irgendwas anzubügeln. Wenn dein Pokémon nicht, ähm, ein bisschen besser trainierst, wird es schwach, äh, schwer, sich hier durchzukämpfen. Ja, 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 die Pokémon-Liga liegt auf vier und die Arena-Leiter, ach ja, die unterscheiden sich von der Kraft immens. Ähm, Sushi geht da mal hin. Hey, guck mal, ein starker aussehender Trainer und das sieht an diesem Ort. Kamera geht, ähm, auf Startposition und Aufnahme. Ah, ich werd heißer. Magnetillo und was war das? Flommel? Flommel, ja, ja, ja. Ach, ist ja auch... Kacke, Kacke wie Hose. Jacke wie Hose. Aquaknara und Psychokinese. Stella sieht aber auch jetzt sehr intelligent aus. Wie ein Stern. War Stella, nicht Stern oder so ähnlich? Ähm... Ich weiß nicht, ob es auf Japanisch heißt. Hoshi, aber auf Englisch. Star, ne? Und Stella, ist das nicht italienisch oder so für Stern? Wehre ich mich da? Wenn haut ihr mich halt. Erstaunlich, erstaunlich, wer bist du? Ich wusste, wir erleben etwas Aufregendes, Außergewöhnliches, weil ich dich gesehen habe. Ich schulde dir eine Klärung. Wir reisen durch das Land und führen Trainerinterviews. Wirst du uns auch etwas... Ach, hier, komm her, ja, komm her. Ja. Schmeiß rüber. Schmeiß rüber. Ähm... Gefühle. Äh, Abneigung. Weil ihr seid ganz schön nervig. Bitteschön. Hm, ja, das ist das perfekte Schlagwort. Ich bin überzeugt, dass das eine großartige Sendung wird. Äh, ihr seid auch so... Äh, Popopopo, egal. Äh, ein Indikator für die Stärke eines Pokémon ist für Spezialangriff. Das steht für Spezialangriff. Äh, äh, naja, Spezialverteidigung steht für Spezialverteidigung. Also, Spitzfähre für Spezialverteidigung und Hallo. Ich weiß, wo du hin willst, aber lass uns kämpfen. Irene setzt, ähm, Knilz ein. Los, Sushi 3000. Es ist nur ein Knilz und wir werden uns... Statik oder sonst was einfach... Nein, das heißt ja anders bei den Viechern. Irgendwelche Pollen einten... Ach, ich hab das sowas nicht paralysiert. Das war ein Versuch wert, aber das ist dann wohl in die Hose gegangen. Stella Lein, du bist dran. Obwohl Borat jetzt Laubklingel kann, denn das heißt, er ist ein bisschen hoffentlich... Spirren, Sporrenwert, genau sowas. Ach, jetzt kommt er mit Ekelsam. Der hat dir mal das spart, was? Dir macht das spart, du dummes Ding, du, hä? Mir düngt, du willst mich, ähm, töten? Loswerden? Mir düngt, mich düngt's. Mir düngt oder mich düngt's? Ach, ist ja auch egal. Ah, 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 ah. Es hat aber Spaß, dass Azumere... Achso, Azuril wäre das Kleine. Was mich total immer verwirrend tut, weil das eigentlich Typ normal ist angeblich und nicht Typ Wasser, obwohl es Wasser attacken kann und ach, es ist sehr verwirrend. Was sich halt durcheinander bringt, weil Elikid und Magby sind ja auch schon von vornherein das Element, was sie später wären. Ja, nee, ach, ist ja auch egal. Didididin! Ich bin voll erschwungen der Laun und mein Pokémon nicht minder. Naja, Pokémon und diese Wörter hier. Mich düngt, dass es... Ach, ist auch egal. Oh, ist doch süß! Oh, wir haben ja schon Sushi. Und Hiropa. Ich hab irgendwie im Prinzip alles irgendwie was Süßes schon mal irgendwie trainiert. Da ist, glaube ich, nicht mehr viel übrig. Also, ich hab Nidorans und ich habe, ähm, alles schon mal irgendwie... Huuuuh, Kreisel. Oh, sogar sehr effektiv. Warum? Ach, ist Eisattacke, ne? Ach, ist ja auch... So, du Schrupps sind tot. Dort! Ja. Muss nicht äh, machen, sondern tot. Mein Pokémon hat, äh, ausgeschwungen. Wie? Wenn ich einen Trainer mit Schwung und Elan sehe, muss ich ihn anstarrn. Du, das ist sehr unhöflich. So, hier oben ist die Wüste. Da kommen wir noch nicht rein, weil wir, ähm, ähm, Wüstenglas brauchen, oder was? Ja, ja, ja. Da, ja. Vielen Dank.